Radio 1. Immer gut für eine Überraschung. So Stefan, jetzt ist es ja so, du wirst ja gleich neben Oliver Kalkofe sitzen. Du bist ein großer Fan. Ja, das ist schon klasse. Wenn man sonst ein Publikum hat, dann kennen sich vielleicht zwei oder vier Leute, die in der Reihe sitzen. Aber dass sich eigentlich alle, wenigstens so über Kreuz, irgendwie ja doch kennen, das ist, als ob man irgendwo privat nach Hause zu Gast kommt. Alles, was das Fernseherz begehrt, ist da. Ja, und also nicht nur Süßkram, eben auch Hotbox und sowas. Und ich finde es total bequem hier auf diesen Sesseln. Also ich könnte mir gedacht, für zu Hause wäre ganz cool. Jeder kann was sehen, weil überall Fernseher sind. Was machst du? Ich sitze im Amt. Du sitzt im Amt? Das sagt gar nicht, aber man darf nicht sagen, ich anwalt jemanden, das wird genug. Wir haben eine schöne Folge aus der dritten Staffel rausgesucht. Und ja, vielen Dank, viel Spaß. Was hast du genommen? Das sieht eklig aus, aber viel Spaß dabei. Gut, auf jeden Fall schauen wir uns jetzt eine Folge Little Britain an. Und viel Spaß für alle, die es noch nicht kennen, vor allem. Das meiste zu Fuß, aber ich habe 18 Pfund bezahlt und ich glaube, ich bin verarscht worden. Aber ich bin nicht leben. Ja, das ist sehr schmeichelhaft, aber trotzdem musst du jetzt gehen. Steffi und Stefan, die Gastgeber des heutigen Abends, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz klasse, Dankeschön. Ich kann den Feuer nicht wirklich, ich bin aber überzeugt worden, dass er wirklich gut ist. Echt super, danke. Ich bin total begeistert, ich hatte einen richtig schönen Abend. Ich habe mich amüsiert, unsere Freunde haben sich amüsiert, also für Montagabend fantastisch. Die Mattscheibe-Clips einfach generell fand ich einfach klasse, zum Weglachen. Immer wieder schön. Immer wieder schön, herrlich. Ja, toll war das. Ich fand es toll, Freunde alle da zu haben, neben Kalkofe zu sitzen und die alten Mattscheibe zu sehen. Und es war toll.